Stopp, Mrs. Burton! Warten Sie, Mrs. Burton! Was fällt dir eigentlich an, mich die ganze Zeit zu verfolgen? Ach, ich habe dich nicht verfolgt. Also bitte, hör mir kurz zu, ja? Du bist total bescheuert. Ein Moment, hören Sie mir kurz zu, Mrs. Burton. Moment, nur kurz. Ich hör dir schon viel zu lange zu. Du bist ein harter Brocken, Helena. Ich gehe zu deutschen Pop und Wasser. Von mir aus macht das, ich will nur... Sie will auf eine Privatschule? Fragen Sie sie selbst. Es liegt an Ihnen, es ihr auszureden. Und was mischen Sie sich da ein? Lass, bitte. Anyway. Erstens, Kellner ist kein Beruf. Zweitens, scher dich zum Teufel und zwar schnell. Ja, na gut. Entschuldigen Sie. Reden Sie ihr das mit der Privatschule aus. Ich war auch auf einer dumme Idee. Noch ist sie nicht da, alles gut. Manchmal ist etwas im Leben verlockend. Aber wenn du es dann machst, dann wirst du ausgenommen wie ein Hühnchen. Ja, aber ich bin kein Hühnchen. Versteh doch mal. Du hast vielleicht nur zweimal Unterricht pro Woche. Dreimal. Und andauernd fällt Unterricht aus. Die Dozenten sind krank und ihr müsst trotzdem zahlen. In Privatschulen wird jeder genommen, der Geld dafür bezahlt. Und ob du was lernst, ist denen völlig ralle. Hör auf, mich anzufauchen. Ich weiß, staatliche Schulen sind nicht immer besser. Aber sie haben den besseren Ruf. Und du studierst mit Leuten, die dich nicht andauernd bremsen. Denk nochmal drüber nach, okay? Na gut. Du hast Talent. Und du kannst besser sein als all die anderen da draußen. Aber da draußen zählt nur der Name. Meiner? Der Name der Schule. Das ist das Geheimnis. Schon verrückt. Lügner. Ganz unten im Bewerbungsstapel. Nein. Ich habe was anderes gehört. Ah! Viele haben es trotzdem geschafft. Dill Schweiger. Ah, okay. Und Mario Barth auch. Und Harald Schmidt. Und Jürgen Vogel hat gar keine Schauspielschule besucht. Nur mal so. Und außerdem gibt es dort Dozenten, die sind prominent. Ich weiß, dieser Weg wird kein leichter sein. Aber ich kann es schaffen. Du wirst nur arm und völlig ausgenutzt. Aber nicht an der deutschen Pop. Nein. Man lernt da synchronisieren. Echt. Und auch... Bla, bla, bla. Halt! Warte! Warte, 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 warte! Dann stelle ich los! Dann stelle ich los! Dann stelle ich los! Du...